Hallo, ich mache ein Video über Fortnite. Das wird, glaube ich, cool sein. Also, ja, das muss ich noch laden. Feiert ihr Fortnite oder nicht? Schaltet mal rein. Geil. Neu. 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 Neu ist der?" necesitest du? Hier steht gleich zu, ne? Einen schönen Gruß an meinen Bruder, der gerade filmt, ne? Ja, der ist gut. Mein Fernseher ist ja kaputt, also läuft bei mir, ne? Ich laufe jetzt gerade so, ne? Ja, ich muss mich noch einnehmen halt in Gruppenkeile und dann zocke ich solo. Aber ich mach kein Video davon, weil sonst wird mein Bruder wieder sauer, dass er nicht zocken kann. Dieser Alter. Ja, ich bin eigentlich gut, aber im Solo kann ich manchmal. Aber ich muss noch üben, also wenn ich meinen neuen Fernseher hab, dann wird's geil. Muss ich irgendwie schauen, ob ich filmen kann, weil sonst muss ich wieder meinen Bruder holen. Ja. Ja. Ja, morgen. Ja, morgen. Mal sehen, was ist das? Boah! Wo sind die Kümmel? Die D-Probe ist da hinten. Ich sag, er hat gerade auf. Nur in der Sexbox halt. Der heißt so. Spaß. Der heißt nicht so. Der heißt überhaupt nur ein Prank. Nur ein Prank. Das darf ich nicht sagen. Wer mein Bruder heißt. Also ich heiße Fabian. Das darf ich nicht sagen. Ich zeig den Namen nicht. Ich weiß schon. Du bist so blöd mit dem Namen zeige. Dann schreit mich wieder alle zocken, zocken, zocken. Ja, ich muss nur. Ich das doch. Zeig ruhig den Namen. Nee, Spaß. Weil sobald du dein Fernseher hast, dann ist eh wieder vorbei. Dann ist er wieder vorbei also. Jetzt ist es halt leid, ich muss mich konzentrieren. Ich hab den voll den Elm verkackt, Alter. Ja, moin. Man kennt ihn. Beste Logik ever. Ah, der hat auch Schild. Ich bin neuter. Bruder, schau mal an, Alter. Mein Spiegel ist voll. Geh weiter hin. Ja, mach mal ein Rollo, das so runter. Spiegel ist voll. Mach einfach so. Burn-ein, mein Elm, mein Elm, mein Elm, mein Elm, mal 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 Mal. So süß siehst du unter der Randbrille, Pätzchen. Maa maaaai. Maaannn, 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 Maaannn. Na Moin, ich passe nicht durch. Mach jetzt nicht den Fettsacken, Falter. Mach mal! So süß wie du. Kann auch ein Bonbon sein. Mach's euch mit, nimm den Alkal. Ja, wo mir zocken zocken lief. Lieber nicht den Namen zu sagen. Oh, besser als immer alle hab ich. Ja, Moin. Verbaute mein Kandy. Ja, Moin. Nein, mach nicht den Fettacken. Welche Bombe bauen kann ich auch. Soll ich den Gegner? Glaub ich. Ob zumindest ein bisschen wie du. Okay. Komm, ich muss die Raketen haben. Du hast schon, der fliegt gerade. Es kann die Raketen fliegen gerade. Ja, der Nörse. Komm, die fing doch geil. Mann, 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 Mann. Das ist locker geworden. Komm, Mann. Komm, Mann! Komm, geh rum! Mann, Mann! Quelle ist denn! Mann이에be seine Fäome r incert. Mann, Mann! Neh, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann schtzt! Mann! Geh mal auf den Regenschirm, da kannst du rumhüpfen wie bei einem Bounce-Bett. Bauen ist gut bei mir. Alles. Erweilverwacht. Ich fehl keines, aber ich bin so schlecht. Jetzt haben die ja keine Eier, um zu gehen. Boah, ich mach den Sniper. Das Scheißding macht richtig viel Scheisschaden. Nein. Ja, nein. Das macht mittlerweile sogar schon 10. Jetzt kommt der nächste Affeneier. Ah, du Schopf. Der Hörer war schon gut. Und KD. Was ist das für einen T-Mekfunkel? Der Hörer war uns. Der Hörer war uns. Das war's. Zeig mal nicht, zeig mal nicht, zeig mal nicht, achte, ruhel, nach dem Video zeig ich dich, was ist das, das geht schon, ich hab's drauf, jetzt lachen wir da, jetzt lachen wir jetzt, da farbisch stirbte, halt dein Maul, Junge, wer gesagt hat, das war dein Namensport, das ist doch, eigentlich musst du das jetzt, eigentlich musst du das dann wieder, äh, Ding, was bringen, piepen, wenn man Ausdrücke sagt, was habe ich jetzt gesagt, ja, halt jetzt dein Maul, ach so, okay, äh, äh, okay, okay, egal, jetzt, mach einfach, normal, weil ich mach jetzt dann weg, deshalb, ja, jetzt mach das dann weg, Machst du dann weg beim Cutten, oder was? Hör mal auf, Jonas, wirklich, Mann, warum das dir wirklich, Jonas, so? Soll ich? Digga. Wenn du das machst, dass du, wenn du einen Ausdruck schaffst, ich hab gar nichts gesagt, aber egal. Ich hab dir gar nichts gesagt, Mann, ja, richtig Spaß. Findet ihr die neue Waffe cool, die Drei-Schuss-Dingsbum-Style? Ich find die schlecht. Junge, der war alter. Der war jetzt. Der war jetzt. Der war jetzt. Ich hab dich, was ich? Ja, ich hab dich. Weder war jetzt. Der war jetzt nicht. Aber ich hab dich. Da war jetzt. Adios, Mami. Na moin, mein M war schlecht wie Kacke. Ich mach mal weiter. Jetzt rasten die aus. Jetzt rasten die aus. Jetzt rasten die aus. Ja, Mami. Jetzt rasten die aus. Mach jetzt mal auf mich. Oh, Entschuldigung. Oh! Oh, ihr schneidet hier. Was ist da? Und morgen kommt ein Video, morgen früh, wie ich mein Arzt halt mein Leben verbringe mit Sachen und so. Das wäre geil. Ich stelle mir wirklich wenigstens auf die Reihe, dass ich das anfangen kann. Junge, wann stirbt denn der Hohenzone? Oh, Entschuldigung, das ist die Hohenzone. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.